Wir befinden uns hier vor den Toren Rommerskirchen, wo der Festplatz noch ist. Wo jetzt auch heute am 27. August 2024 zum 97. Kürzenfest, heute am Dienstag, nochmal es richtig losgeht. Heute geht ins Finale, der Dienstag zur Lippkanade. Und ich bete auch gerade das große Feuerwerk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Insgesamt sind es nur Musikkafellen, die heute hier vor Ort sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Monika 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 Das war's. Musik 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 Ja, das war die erste Einstellung hier am Dorfanfang von Raumerskirche. Wir sehen uns gleich wieder.